Als Florian an diesem Morgen aufwachte, sollte die Welt nie mehr so sein wie zuvor. Hallo! Aufwachen! Ab heute sind wir zu zweit. Wenn der Mann von der Frau erregt wird, weil er diese Frau ganz doll klippert, dann schießt ganz viel Blut runter in seinen... Lulu. Harte Jungs. Wie kann dir nur kalt sein? Schau dir die an. Oder die. Oder die. Flo ist Pimmel angefangen, um ihn zu reden. Ey, warte mal! Was? Echt? In ganzen Sätzen? Er versucht mir Ratschläge zu geben. Cool! Ist er gut in Mathe? Ruf doch mal an. Sie haben den Kerker der Dominas geweht. Sitzt du auch schön bequem? Ja. Dann nimm deinen verdammten Hintern hoch. Kapiert, Sklave? Jawohl! Was dein Vater damit sagen will, Schatz, ist, dass der Mann seinen Lulu in... ...den Blumentopf der Frau steckt. Ja! Aber wie kriege ich ihn denn dazu, die Kappe zu halten? Nach das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit... ... Harte Jungs. Die neue Komödie von Marc Rotemund. Und jetzt sollst du bellen wie ein Hund. Laut! Huff! 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 Florian? Spaß, Spaß, Spaß! Wieso hatten die ne Peitsche? Der Typ hat versagt. Weiß jetzt, was passiert, wenn du bei den Jungen versagst? Harte Jungs. Eine Bernd-Eichinger-Produktion. Ab April im Kino. Jungs. Musik